Das ist er. Das ist der Preis Hochschulmanager des Jahres 2017. Gucken Sie ihn sich ganz genau an. Was sehen Sie? Sie sehen eine Figur, schlank und rank und jung, mit einem Barrett, mit viel Haar, der mit einer Tanzbewegung im Grunde nach vorne schreitet. Und Sie erkennen unschwer, dass es sich gar nicht um mich handelt. Um wen handelt es sich dabei eigentlich? Wer ist mit diesem Preis eigentlich wirklich gemeint? Und ich sage es Ihnen, es ist die Hochschule Niederrhein gemeint. Und das kann ich auch belegen. Bei der Auswahl ging es auch um Kennzahlen. Sie haben die Kennzahlen von allen Fachhochschulen und Universitäten im gesamten Bundesgebiet ermittelt. Zehn Kennzahlen, ich weiß nicht welche, aber es werden repräsentative Kennzahlen sein. Und haben über die Amtszeit der Kandidatinnen und Kandidaten hinweg geguckt, wie sich diese Kennzahlen verändern, also das Delta sich angeguckt. Und bei dieser Erhebung ist die Hochschule Niederrhein auf Platz 1 von allen deutschen Fachhochschulen und Universitäten. Und das war eines der wesentlichen Argumente, weswegen ich diesen Preis bekommen habe. Insofern ist das wirklich nicht mein Preis, sondern unser Preis, der Preis der Hochschule Niederrhein. Und wenn Sie hier an dieser Hochschule Niederrhein relativ viel zu tun haben und eine Dynamik auf Ihrem Schreibtisch spüren, dann hat das auch damit zu tun, dass sich viel bewegt. Und diese Bewegung, die wir alle spüren, ist mit diesem Preis gewürdigt worden. Wir haben, glaube ich, eine außerordentlich interessante Hochschule hier. Und das liegt nicht nur an einer tollen Hochschulleitung, auch, aber nicht nur. Es liegt an vier Gründen. Einmal an einem Gesetz von Herrn Pinkwart, das uns eine Freiheit beschert hat. Zweitens an einem Hochschulpakt, was uns sehr viel Geld in die Kassen gespült hat, mit dem wir was gemacht haben. Drittens an einem Generationenwechsel. Wir haben 130 junge Professoren und Professoren geholt von 260. Das heißt, wir haben uns fast zur Hälfte ausgetauscht. Und in einer Zeit, wo die Kasse voll war. Und viertens an unserer exzeptionellen Lage. Wir haben ein Einzugsgebiet von 1,5 Millionen Menschen, die sich prinzipiell hier für diese Hochschule interessieren, weil sie heimatnah studieren können. Das sind die vier Gründe. Und wir sind alle miteinander sehr tüchtige Menschen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Vielen, vielen Dank.